Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autobahn Polizei Simulator. Ja, hier sind wir wieder zurück. Ich hoffe es läuft alles. Ja, es läuft. Ich fahre in die Wand hinein. So, wollen wir mal schauen, ob da solche LKWs, die zu kontrollieren sind, irgendwo sind. Da hinten vielleicht. Ich warte mal hier draussen. Da kommt einer. Ah, scheiss Funkspruch kommt da. Ja, da ist natürlich einer. Da nehmen wir gleich mal die Verfolgung auf. Ne, nicht von dem. Ne, da. Alter. So. Jetzt. Winken wir den mal raus. So, komm, halte an. Und da haben wir einen. So, wir müssen den nur kontrollieren. Also eigentlich gut aufpassen. Nicht, dass wieder das passiert wie letztes Mal. Das war einfach blöd von mir. Aber ja. Langsam hatte ich auch genug vom Spiel. So, wir haben eine Kontrolle hier. Bitte sehr. Dokumente gerne. Aha, Fahrzeugpapiere hat er schon mal nicht. Das ist ja schon mal super. Und Frachtbrief hat er auch nicht. Geht's denn doch? Mal schauen, was er illegale CDs hinten hat oder so. Man weiss ja nie. Verwandskasten. Kein Verwandskasten. Das ist ja. Das ist ja der. Der macht ja mehr Delikte als alle zusammen. Bisher hier. Ne, ich kann es aber. Ja, ein Zeichen des Versagens. Das sagt ja auch jeder Zweite hier. Dann ist es auch wirklich glaubwürdig. So wer ist denn das? Der Schmidt David. Mehr an Dokumenten haben wir leider nicht. Ok, die Person ist nicht gesucht. Fahrzeug. Wir haben keine Papiere vom Fahrzeug bekommen. Wir können aber schnell hier rumlaufen. Ist immerhin logisch, oder? So, gehen wir uns schnell noch die Karre anschauen. Denn wir müssen ja schauen, was der so hinten drin hat. Hier. Ah ja, Verbandkasten hat er ja nicht. So, schnell hier rein. Sonst bekomme ich noch die Krise hier. Aha, hier habe ich die Ladung. Die ist leider unsicher. Weil die oberen zwei Kartons hier einfach drauf liegen. Ah, er hat kein Fahrzeug. Aber wir können das auch trotzdem nicht aufmachen. Nee, der kann das einfach behalten, wenn er keinen Frachtbrief hat. Macht ja Sinn. Der TÜV ist immerhin noch gültig. Licht geht. Kontrollieren, wir schneiden den Reifen. Ja, hat er. Schlechte Reifen, schlechte Reifen. Kennzeichnis. Was? Ist nicht vorhanden. Aber hinten ist das, glaube ich, vorhanden, oder? Oh, Licht geht nur links. Alter, was ist denn das für eine Katastrophe hier? Hier. Blinker. Geht hier drüben nicht. Okay. Jetzt, jetzt nehme ich noch die Wagen, wo ich ja lange nicht gecheckt habe. Aber jetzt weiss ich es ja. Und diesmal sind wir vorsichtig. Hier hin. Kann ich auch so wagen. Das geht auch. Ah, nee, geht dicht. So. Jetzt aufgepasst. Also der Wehe fährt... Es fährt einer in mich rein hier. So. Oh, 4600. Das ist schonmal... Ah ja, ich musste ja... Nee, ich habe sie dabei. So, einer hier hin. Zehnmal gegen die Karre laufen. Heute geht es mir übrigens wieder besser. Ah nee, ich muss die wieder mitnehmen hier. Und hier hin. Oh. Aha. Er hat 355 Kilogramm überladen. Okay. Gut. Äh, den... Eigentlich müsste man den verhaften. Ich habe aber keine Lust darauf eigentlich. Weil wir da wieder zurückfahren müssen. Deshalb... Ich hätte eben mal den Busse aus. Mal schauen, wie viel der zahlen muss. Da ist ja so einiges zusammengekommen. Der hat kein Abblättlicht. Keine Bereifung. Fahrrichtungsanzeigen hat er nicht. Ich kenne es eigentlich noch nicht. Das sind 230 Euro. Einiges hier. Ja was, Ladung überprüft? Habe ich ja. Ich habe ja keinen Schein. Was wisst ihr denn eigentlich? Hm. Muss ich nächstes Mal wieder schauen. Was der damit meinte, hier. So. Jetzt müssen wir natürlich schauen, ob da wieder ein LKW kommt. Ja da hinten kommt schon wieder ein Opfer. Wenn es dann ein LKW ist. Zentrale an Adler Moor. 01. Vorsicht. Ein Fahrzeug ist liegen geblieben. Auf der A42 in Richtung A28. Ja, es ist einer. Wir fahren sehr unauffällig einfach mal hinten ran. So. Also wir fahren. Mal schauen, was... Jetzt habe ich schon wieder Angst bekommen. Immerhin den anderen hätten wir gesaved. Immerhin. So. Mal schauen, ob der das noch überbieten kann. Eigentlich nicht. So. Hier ein bisschen. Kabinenbereich. Schauen wir uns die Person an. Dann müssen wir gar nicht nach Drogen oder Alkohol fragen. Eigentlich. In der Regel. Moor AG. Bavière Laura. Bavière Laura. Bavière Laura. Das stimmt soweit. Funken wir mal das Fahrzeug. Kein Eintrag. Das ist ja super. Person. Sollte eigentlich auch gut sein, oder? Kleiner auch. Wie man es so kennt. Das sind ja keine LKWs hier. Das ist kein LKW. Das wissen wir jetzt. Was? Damit es auch Punkte gibt, schauen wir uns selbstverständlich auch das Fahrzeug an. Bis jetzt scheint alles okay zu sein, glaube ich. Oder habe ich wieder etwas übersehen. So war der erste Hilfekasten ist in Ordnung. Okay. Die Ladung. Die Ladung. Die Ladung ist leider unsicher. Milchprodukte in der Holzkiste. Die kaufe ich auch immer so ein. Das ist ganz klar. Milchprodukte werden erstens mal in einem LKW transportiert, der gekühlt ist. Also ich sehe hier keine Kühlung, ehrlich gesagt. Wenn wir nochmals reinschauen, das sieht mir sehr ungekühlt aus hier. Also vom Spiel her muss ich einfach wieder sagen, die beste Idee hier drin Milchprodukte zu transportieren. Das ist einfach wieder mal glanzhaft, was das Spiel hier so zu bieten hat. Wissen wahrscheinlich nicht mal, was Milchprodukte sind, oder? So. Wir sind wieder hier. Wir machen eine Ermahnung. Sind sie fällig? Genau, das muss man noch so sagen. So. Da haben wir die nächste Untersuchung. Da kommt schon wieder ein LKW schnell rein. Da. Schnell raus drängen. Den da abdrängen und raus wickeln. Oh, der haut ab. Der unverschämte Sack. Alter. So. Du musst gar nicht abhauen, du Sack. So. Oh, Achtung, ich hab Angst. Ah, der ist es wieder mal. Und wir haben den Lastwagen in unser kleines Polizeiauto verladen. Das geht ganz einfach, wenn ihr das noch nicht kennt. Das machen die Polizisten immer so. 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 Wir machen wieder mal Actionfahrt hier. Weil es viel einfacher ist. Zurück zum Hauptquartier. Boah. So. Ja, da. Da bekommst du nicht so viel Schaden. Das ist schon gut gemacht. Eigentlich sollst du gar keinen bekommen. Außer du fährst natürlich irgendwo gegen. Aber es ist eher so gemacht, dass man nicht rundherum hier einfach auf der Gegend in Richtung fährt. So. Aussteigen, Freundchen. Du wolltest dich abhauen. Wir werden natürlich nie erfahren, wieso der abhauen wollte. Vielleicht sah er uns auch einfach nicht. Aber naja. So. Abgeladen haben wir ihn. Dann. Wir müssen nochmals hier in unser Fahrzeug rein. Wir müssen da schnell Schichtende beantragen. Können wieder aussteigen. Er rennt wieder mal so lustig rum. Und so. Schichtende. Endlich geschafft. Puh. Aha. Drogenfund und Schusswaffenfund. Okay. Das klingt mir relativ schwer eigentlich. Vielleicht gibt es ja da Tutorial. Oder so. Oder vielleicht. Es haben plötzlich alle Drogen und alle haben Schusswaffen dabei. Man weiss ja nicht. Bei dem da vorne. Mal schauen. Gehen wir mal vorne. Zentrale am Norbert Moor 02. Fahren Sie zur Zentrale. So. Wir mussten den mal. Mal schauen. Vielleicht hat der ja einen Ausrufe gezeigt. Der ist aber gut. Okay. Gehen wir zum nächsten. Dass ich immer die Wusterung noch abbreche. Das ist schon etwas. So. Musstern wir den nächsten mal schauen. Der ist auch gut. Ja heute ist ja alles gut. Den Lastwagen lasse ich mal aus. Nehmen wir einfach den nächsten Pkw hier. Oh. Der ist am Handy. Oho. Das geht aber gar nicht. Ich stosse den noch ein bisschen mit. Ja genau. Es geht sogar. Dann hält er gar nicht an. Alter. Da ist sie damals scheisse gemacht. Ah man. Ah. Dann hält er sofort an. Okay. Oh. Da habe ich immer Angst um mein Leben. So. Keinen blassen Schimmer hat sie. Ah. Hat sie ihr Smartphone gerade noch äh. Ja. Mobiltelefon. Ja danke dass sie mich darauf aufmerksam machen. Ja ja. Drogen. Das ist ja schön. Das ist negativ. Okay. Verbatten die Gast. Hat sie sicher dabei oder? Nein. Er hat sie nicht. Verbotene Gegenstände. Wartereieck. Ist im Kofferraum. Wir sehen uns die Person nochmals an. Ist nichts Verdächtiges. Okay. Und noch die Dokumente bitte. Schauen wir noch den Ausweis an. Das ist die Zimmermann. Emilia. Emilia glaube ich. Genau. Emilia. So. Wie die jetzt rausfahren müssen. Dann funken wir noch schnell hier. Wird wohl nicht. Oh. Oho. Eigentlich müssen wir jetzt die Drogen finden. Können wir natürlich nicht aufmachen. Da sind natürlich keine Drogen drin. Äh. Wieso steht jetzt nicht. Dass ich mir alle angeschaut habe. Irgendetwas muss doch hier noch sein. Wo ich eigentlich anklicken könnte. Oder? Sonst würde doch stehen. Du hast dich alle angeschaut. Hm. Gut. Kann auch sein, dass es wieder bald bug ist. Aber hier liegt noch was dazwischen. Haben wir den Hund im Kofferraum? Oder wie? Nein. Haben wir natürlich nicht. Okay. Ja. Wir müssen die leider mitnehmen. Ja. 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 Die nehmen wir jetzt nochmals mit. Danach. Beende ich die Folge, wir werden uns morgen nochmal sehen, und zwar werden wir morgen noch die freie Karriere anschauen, weil langsam reicht es mir hier, echt, weil ich weiss jetzt nicht, wie wir hier Schusswaffen, einfach mal so, wir haben nie Schusswaffen gefunden, wir haben nie Drogen gefunden, ich weiss nicht, wie wir die einfach so mal finden wollen. Wir werden noch eine Folge im freien Spiel spielen, schauen was es da zu bieten hat, vielleicht gibt es ja da andere Features, die wir noch nicht kennen, das wäre mal interessant, ohne diese Karriere, wo man immer Flichtaufgabe hat, du musst jetzt eine Schusswaffe finden, du musst jetzt, Drogen finden, da braucht man doch einen Drogenspürhund, also hallo, anders kann ich mir das nicht erklären, so. Offiziell beantrage ich jetzt im Spiel, äh, Schicht Ende, wie die auch rumläuft hier, Schicht Ende beantrage ich im Spiel, das war es dann, zumindest von, so, wir haben aber leider nichts gefunden, oh, jetzt bin ich aufgestiegen, Polizei Hauptmeister, wenn wir die Karriere überhaupt spielen können, ich weiss es nicht, ich denke mal schon, sonst mache ich hier nochmals eine Folge, ich hoffe mal nicht. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen um 19 Uhr wieder zur letzten Folge, ausser der andere Mutz ist saumässig gut, und er gefällt uns saumässig, aber ich glaube nicht. Genau, danke fürs Zuschauen, bis morgen.